einen wunderschönen guten morgen meine lieben freunde heute stand mir das nächste puzzle und zwar fangen wir mit diesem superman versus batman graffiti puzzle an das sind 200 teile mal schauen welche reihenfolge wir diesmal aufbauen ich wünsche euch viel spaß bei dem video ich sortiere die teile schon mal vor und dann legen wir auch gleich los bis gleich und 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 Hallo Freunde, die letzte Reihe mache ich natürlich direkt live. Ich habe die teiligen Sorten vorsortiert und dann fangen wir an die letzte Reihe hinzubauen. Und fertig ist das Puzzle. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wäre schön wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr das Video likt. Und natürlich wenn ihr auch ein Abo für mich da lasst, würde mich umso mehr freuen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Mal schauen was ich als nächstes mache. Ein paar habe ich noch vor mir. Welche Reihenfolge, wie zickzack, keine Ahnung, vielleicht mal von der Mitte anfangen, nach außen rennen. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.